Birmingham ist ein ziemlich schüchternes Pferd und will immer wirklich alles richtig machen und ist immer auf mich bezogen und versucht wirklich nicht einen falschen Tritt zu machen. Und wenn man dann zum Beispiel draußen mal galoppieren geht auf der Galoppbahn oder auch in Adleitsdorf in der Heide, da merkt man so richtig erst mal was in ihm steckt, wie viel Kraft er hat. Da kommt er wirklich aus sich raus und schüttelt sich auch mal und freut sich und da merkt man einfach, dass er wirklich Spaß an der ganzen Sache hat und da kommt er einfach aus sich raus und fühlt sich wohl. Alex im близ im mut k na Although No, I don't even know how to feel about it Feel about it, how to feel about it No, I don't even know how to feel about it anymore Longing back to the days that we shared Remember how we felt And your touch was like there was nobody there Like you loved nobody else Yeah, I wish I could turn the time back I'm missing more than anything right now But something tells me I should be aware But baby, how it felt I want to decide now The sooner that I get to find out The better I can get by Bye-bye Bye-bye Vielen Dank.